Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Sims 4 hier auf dem Kanal. Nicht wundern, wenn irgendwie ein bisschen Wind ist. Ich sitze gerade draußen, weil ich einfach mal Bock habe, draußen aufzunehmen, weil es einfach heute viel zu warm ist. Ja, wir spielen heute Sims 4 und ich zeige euch jetzt die nächsten vier Parts, also dieser und dann noch drei weitere, wie ich die ganzen Sims von uns erstelle und wir fangen an mit dem Cat. Ja, das geht schon so. Der Cat... Cat ist ein Angler. Der Cat ist... Ein Musikliger, Liebhaber. Er ist ehrgeizig und ein Chaot. So, dann erstellen wir ihn doch mal. Vom Gesicht her, ähm, sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Ein bisschen noch was verändern, aber sonst... Äh, wieso hat der jetzt eine Glatze? Uh, wir können ihm auch sowas ergeben. Ich glaub, der Cat will uns umbringen. Nein, das wär mies, wenn ich das machen würde, ne, Cat? Ich glaub, wir lassen das. Ah, so einen Mund hast du nicht. Ew. Ich muss mal dieses Gesicht bearbeiten. Das ist doch schon eher ein Cat. So viele Muckis hat Cat aber nicht. Ja, aber so dünn ist er auch nicht. So. Ähm, wir gucken wir mal gerade, was der Cat bekommt. Ähm... Obwohl der Cat schon gerne nochmal so Spaghetti-Tops anzieht. Äh, ich... Ich glaub, wenn Cat das gerade hören würde, ey, der würde mich so hart umbringen, oder... Aber ich nehm' mehr Sims 4 auf, ne? Ich hoffe mal, ihr hört nicht den Zaun. Der Rest kommt auch wieder von drinnen, aber heute ist einfach viel zu warm. Dann dachte ich einfach mal... Ja, so geht das dann jetzt nach cooles Nikas. Ähm... Na, die Hose gefällt mir irgendwie nicht so. Äh, ne bessere gibt's jetzt nicht am Behälter. Die haben einfach an. So, jetzt kommt die Abendkleidung. Die sieht eigentlich ganz okay aus, bis auf die Schuhe. Jetzt haben wir den Wind. Und die Sportkleidung, oh Gott. Ja, mach mal so. So will ich das ganz gut. Dann die Schlafkleidung. Hm. Ich hoffe mir hört die Hintergrundgeräusche nicht allzu leute. Ich glaube ich lasse das zuhause. Die Schuhe müssen weg, weil sonst ist es okay. So, die Partybekleidung noch. Mal gucken, wer da aussieht. Oh Gott! Ein richtiger Angler. Gucken wir mal bei Full Outfits. Oh Kat, guck mal hier. Das ist so süß. Das ist was für Kat. So geht er auf dem Party. Ja und die Hose kann er auch anlassen. Ja, das war der erste Part zu Mr. Kat, aka Kat. Ich hoffe ihr schaltet beim nächsten Part wieder ein. Haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Peace!